Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush, endlich wieder und weil ihr das so oft euch gewünscht habt, bringe ich es auch jetzt und deswegen wünsche ich mir von euch einen Daumen nach oben, könnt ihr gerne schon mal da lassen oder schon mal einen Kommentar, was ihr die nächste Folge sehen wollt. Ich zeige euch jetzt kurz die Base und ja, wir haben hier einmal, warte ich gehe in Game Mode 3, dass die anderen mich nicht sehen können, äh Game Mode 3, wir haben heute die Cookie Lucky Blocks am Start und das ist meine Base, hier baue ich und dann kann man hier einmal durchfliegen, na hier, na da gibt es einmal so ein paar Sachen und so weiter und so fort. Ich muss euch ja zeigen, wo die Wolle ist, für die Leute, die den Spielmodus nicht kennen, ist ähnlich wie Bad Wars, nur haben wir kein Bett, sondern wir haben eine Wolle, wenn die abgebaut ist und ich sterbe, bin ich raus und meine Wolle ist hier versteckt, man kann hier oben draufstehen und sie abbauen und das ist der Plan von der ganzen Sache, so ein bisschen das alles so geheim zu halten und hier kann man noch runter ein bisschen Verwirrung stiften, so und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge, wie gesagt, lasst ein Like und einen Kommentar da. Mit dabei sind auf jeden Fall der Extremverzock, der steht da drüben auf seiner Insel, wink mal rüber, wink mal her, für den nehmen wir auch noch eine extra Folge auf, also wenn ihr wollt, könnt ihr bei ihm vorbeischauen, in der Beschreibung verlinkt und der Desbringer, der steht da drüben, das ist unser neuer Servertyp, der nimmt die Folge, ich weiß nicht, ob er aufnimmt, aber äh, also ja, für ihn nehmen wir auch eine Folge auf, könnt ihr auch vorbeischauen, in der Beschreibung verlinkt, wir spielen mit den Kugeln, Lucky Lucky Blocks, jeder hat 64 Stück, also jeder hat einen Stack, in der Mitte, hab ich die nicht, ne? Ja, dann hol sie dir, Mann. In der Mitte befinden sich die plus 100 Lucky Blocks und wir müssen uns dann mit Sachen rüberbauen und versuchen die gegnerische Wolle abzubauen und da ein bisschen Action mitmachen, ähm, ich würde sagen, wir legen los in 3, 2, 1, jetzt! Wooo, haben wir schon so ewig nicht mehr gemacht, ich bin richtig gespannt, ich weiß auch gar nicht, was aus diesen Lucky Blocks alles so rauskommt, auf jeden Fall, oh, nix draus, geil! Auf jeden Fall, despawnen ganz viele Mobs immer wieder, ich weiß nicht, ob das in den Server-Einstellungen ein Problem ist. So, ich krieg nur Scheiß. Deine Base brennt, ich seh's. Was, zweimal die Boots? Oh Gott, okay, Erfahrungsflashchen. Oh, na, oh, nee, ich bin tot. Au, au. Okay, ich bin tot. Ja, RIP. So, egal, trotzdem gut. Ah, ich brauch Blöcke zum rüberbauen. Ach, jetzt kommt schon wieder das. What the fuck? Ah! Nein, 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 nein! Was war Monster wegmachen? Ähm, Leg 2. Leg 2, Slash, Leg 2! Ui! Ach nee, ich hab' den aber... Alter, die Mobs hier sind nochmal extra krass, weil ja die Infernal-Mob drauf ist. Oh, geil. 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 Da passiert was. Oh, oh, aber ich hab' noch keine Blöcke zum rüberbauen. Habt ihr schon Blöcke zum rüberbauen? Nö. Nö. Noch gar nicht. Ich auch nicht. Ach. Aber eigentlich gibt's doch da bestimmt Blöcke. Oh. Ich hab vergessen, meinen Spawnforn zu setzen. Wow! Leg 2! Hilfe! Ich brauch' Blöcke. Als ob's hier keine Blöcke gibt. Was haben wir denn immer gemacht, wenn's keine Blöcke gab? Haben wir uns dann alle einen Stag Stone gegeben? Kann das sein? Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Warte mal. Oh. Nein! Was für ein Penner! Oh, ein bombastisches Zeichen. Nice. Ey, nee, da war eine Spitzhacke. Die hätte ich gebraucht. Wart mal. Okay, es geht nicht kaputt. Geil. Ich kann, ich kann ein... Ich krieg nichts Gutes. Ich kann einen, äh, ich kann einen, äh, Koppelgenerator machen. Kann mich auf jeden Fall rüberbauen, irgendwie. Das ist, auf die Idee kam ich auch noch nie. Hä? Ich auch nicht. Da ist nix gespawnt, warum nicht? Dieser Blitz von den Cookie-Dingern, der macht immer alles kaputt. Ein Mini-Bustizock. Oh, oh. Ah, also eine Waffe habe ich auch... Warum bin ich dauernd teleportiert? Lol. Warum habe ich jetzt... Hä, was habe ich denn jetzt für einen Effekt? Ha, wenn ich Glück habe, kann ich mir Illuminati-Stuff kaufen. Was? Das ist aber verboten, ne? Das ist aber verboten, hast du gehört? Ja, ja. Also, es ist wirklich verboten. Your wish came true. Was ist klar, was du denn? Ja, ja, es ist verboten. Oh, oh, nee. Direkt zwei. Oh, nee. Oh, nee. So, jetzt kommt... Ach, da kommen ja immer noch welche raus. Da kommt nur dieser... Dieser... Diese blöden Events raus, ne? Lol. Hä? Mein Intro-Sound! Bitte! Mein alter Intro-Sound! Da kann mein... Das bin ich! Hier, Basti-Zock-Zombie. Und da kam mein alter Intro-Sound gerade. Ich bin gerade übel erschrocken, warum da Musik rauskam. Lol. Wenn ich deswegen gestrikt werde, kein Problem. Ich muss den töten, Mann. Alla! Hey, ich kenne den gar nicht. In meinem Intro verwende ich einen Song von NCS-Sound. Äh, von NCS. Und ich habe deswegen ein Dings bekommen. Eine Urheberin. Naja, darfst du ihn einfach so verwenden. Alla! Der stirbt... Äh, der ist zu krass, Mann. Ich will ihm seine Rüstung. Scheiße. Ah, bitte! Stirb doch! Der ist zu heftig! Ich will ihm seine Sachen. Okay, jetzt bin ich tot. Das ist so bescheuert. Bleppen kommt nur Müll raus. Was? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe gerade was Cooles gekriegt. Oh, warte mal. Ähm... Cool. So richtig cool. Ja, aber irgendwie... Ja, ich verstehe das nicht mit den Blitzen. Die schlagen ein und verbrennen dann das Zeug. Du musst die ganz schnell ausmachen. Ja, mache ich doch. Aber dann ist es trotzdem verbrannt. Nö. Bei mir schon? Bei mir nicht. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Ich habe ein gutes Schwert gerade. Der Rest meiner... Oh, geil. Ja, jetzt ist er zweimal eingeschlagen. Dieser Drecksblitz, Alter. Ja, warte mal. Ah, warte. Ich kann ja einfach Wasser setzen. Ja, genau. Und jetzt... Ah, okay. Ich habe es geschafft. Glück gehabt, Alter. Oh, nice. Okay. Irgendwie sollte ich es schaffen, auf jeden Fall in die Mitte zu kommen. Oh, nee. Ah, doch. Ich schaffe es, in die Mitte zu kommen. Alter, zum Glück, dies ist nicht mal in dem Redstone-Block gespawnt. Ui, ui, ui. Alter. Ah, fuck. Ich muss... Nee, warte mal. Das da nehmen wir mal. Nein, 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 nein. Was hast du gemacht? Ach, kacke. Was ist passiert? In der Cookie-Lucky-Box kommen nur Events raus. Die Mitte ist... Ach. Was? Ist die Mitte RIP? Ja, weil da nur so Events rauskommen und dann die ganzen Lucky-Box- ein paar sind noch da. Oh. Du warst schon in der Mitte? Lol. Ich habe was richtig Geiles gekriegt. Lol. Ich habe auch was Geiles bekommen. Scheiße. Du darfst nichts Geiles kriegen. Ich auch. Ich habe einen guten Helm. Als ob da jetzt nur so... Rüstungstechnisch habe ich Pech. Wart mal. Hä, wo ist denn der? Scheiße, das ganze Wasser ist weg. Ja, wow. Ach, komm schon. Ja! Da kam noch eine Hose bei rum. Ohne Witz. Ja! Ich bin happy mit dem Zeug, was ich rausgekriegt habe. Oh, nee. Okay, komm. Komm, 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 komm. Ich habe gute Schuhe, glaube ich. Ah, der zündet die Sachen immer zweimal an. Der Drecksack. Boah. Scheiße. So, ich muss jetzt in die Mitte auf jeden Fall. Das wird jetzt schwierig, aber ich habe eine Idee, wie ich das mit den paar Blöcken hinkriege. Und das so. Oh. Ja, Mann. Ich habe gute Boots. Ja, ja. Die habe ich auch. Aber du stirbst einfach. Ja, nein. Wenn du rüstung bist, du bist stark genug. Alter. Ich schaffe es irgendwie rüber. Hä, warum gehst du auf mich? Lol, was hast du da? Alter. Ich sterbe eh gleich. Ja, nice. Ja, die blöden Schuhe. Ach, mach die nur Lava-Effekt, wenn du... Lol. Ach, Mann, sind die Schuhe Müll. Ja, die sind echt kacke. Oh, ich brenne. Wegen dem scheiß Ding. Lol. Max kann fliegen. Was? Der ist über deiner Base. Oh, man hält doch die Schnauze. Ja, hallo. Wenn jemand fliegen kann, muss ich das sagen. Alter, wie lacht brennt man denn? Hast du die Boots auch? Nein. Aber ich bin in den Block reingelaufen. Geil. Ich brenne einfach immer noch. Wo ist Max, bitte? Deine Wolle ist weg. Ich bin der King im Wolle finden. Ja, du kannst fliegen. Das ist keine besondere Leistung. Du kannst doch fliegen, ich kann nicht fliegen. Hä, doch, du läufst doch, du fliegst doch. Hä, das ist nicht fliegen. Ich seh die Schuhe. Na ja, aber da kann er es so gut wie fliegen. Wow, man hat halt übelste Scheiße, weil man Schaden bekommt die ganze Zeit. Echt? Ja. Nein. Ach. Ach, komm schon. Ist er raus? Ja. Ja, wow. Mal gucken, wenn ich jetzt brenne und über das TNT laufe, ob es funktioniert. Nee. Nee, schade. Ah, feier damit. Ja, wow, jetzt soll ich denn jetzt rüberkommen. Hast du die Schuhe nicht auf? Nein. Ich muss mich rüberbauen. Wieso brennst du dann? Ich weiß es nicht. Es hört nicht auf. Weil er hat wahrscheinlich irgendwelche anderen. Hast du die Feier? Nein, ich brenne erst, seitdem ich in den Dings reingegangen bin. Die rote Chestplate macht das. Nee. Doch. Nein, ich habe diesen Effekt erst, seitdem ich drin war, in deinem Block, den du da gemacht hast. Ich komme halt nicht wirklich rüber. Ja, wow. Weil Max fliegt dauerhaft diese Schneewelle runter. Was für Schneewelle? Äh. Nein. Lol, hast du keinen Schaden gekriegt? Äh, scheiße. Hast du keinen Schaden gekriegt? Max. Nee, habe ich nicht. Ja, ich dachte, ich hätte dich gehittet. Max, was hast du hier gebaut, Alter? Ja, eben. Deswegen wein dich doch. Übertreib halt. Was ist das für eine Katze? Wie lange brennt man da bitte? Ja, ich brenne auch immer noch. Ey, kacke, wenn ich jetzt sterbe, Mann. Ist deine Wolle weg schon? Nein. Ich finde die gerade noch nicht mehr im Game-Mod. Ah, ich habe sie. Deine Wolle ist weg. Wooo. Max, deine Wolle ist weg. Deine Wolle ist weg. Deine Wolle ist weg. Moment. 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 Bin gleich da. Sie ist auch weg. Ja, ja. Meine Wolle ist weg. Komm her, du. What the fuck? Huch. Ich habe... Das war nass. Du bist tot. Ich habe aus den Atom-Cookie gezündet. Du hast den Atom-Cookie gezündet? Was? Er zündet einfach den Atom-Cookie. Aber ich habe dich nicht gekillt, ne? Ich muss dich noch killen. Ja. Oh, man. Ich habe nichts, um rüberzukommen. Oh, fuck. Oh, ich muss kurz die Milch schlürfen. Alter. Alter, ey. Oh, mein Gott. Komm her. Ja. Ja. Win. Er war einfach unsichtbar. Ja. Oh, Gott. Sein Schwert hat einfach 150 Detekte. Ja. Ah, dieses Schwert ist geil. Das hat mich gerettet. Oh, mein Gott. Leute, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn euch Lucky Rush wieder gefallen hat. Schaut bei den anderen beiden vorbei. Da gibt es jetzt auch eine exklusive Folge, wenn ihr diesen Spielmodus feiert. Dann schaut da vorbei. Bis dann und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.